SR3, die bunten Funkminuten, unsere runden Geburtstage sind oft Anlass, mal zu schauen, wie es mit dem eigenen Motor so läuft, ob man einen Gang hoch- oder runterschalten sollte oder so weiterfahren wie im Lebensjahr zuvor mit einer neuen. Quatsch-Comedy-Club-Erfinder Thomas Hermanns ist seit vielen Jahren sehr aktiv. Autor, Regisseur, Musikexperte, Firmenchef, Fernsehgesicht. In die Kamera sieht man ihn meist strahlend lachen. Jetzt ist er seit ein paar Wochen 60. Und in einem Ratgeber fürs neue Jahrzehnt, den er 60-60 nennt, will er Charme und Schwung auf dem Weg zur 70 haben. Da frage ich mal nach, denn Thomas Hermanns sitzt beim RBB und ich höre ihn strahlen. Nachträglich alles Liebe zum Geburtstag. Hallo. Dankeschön, Dankeschön. Ja. Die Frage, hat's wehgetan, stelle ich gar nicht. Bestimmt fühlt sich's gerade im April nicht anders an als vor dem 5. März. Aber so ein Buch schreibt man ja nicht, wenn nicht doch eine Zäsur im Raum stünde. Total. Also das ist die 60. Das ist natürlich eine große Zahl. Und ich habe gedacht, als ich für früher 60-jährige Leute vorgestellt habe, die waren halt richtig alt. Da war irgendwie der Wackeldackel hinten im Auto und dann war man so auf dem Weg in ein Andrazit, ein fröhliches Kaki. Und ich habe gesagt, natürlich die 60-Jährigen heute sind nicht mehr so, wir sind nicht mehr so wie früher. Es ändert sich was, aber was ändert sich eigentlich genau? Und wie kriegt man das alles in die Balance, wenn man in die nächste Dekade einbiegt? Ich lese ja, sage ich ehrlich, gerne Biografien, dachte, sexy 60 sind Geschichten aus deinem Leben. Dann habe ich gemerkt, irgendwie ein Ratgeber. Ja. Erst dachte ich so, naja. Aber nach wenigen Seiten habe ich gemerkt, es geht, ob Mitte 50 oder 70, um die fast wichtigste Sache im Leben, wie man sinnvoll, mit Spaß und mit einem guten Gefühl durch die Zeit geht. Ist das schwer? Naja, es ist, glaube ich, in Deutschland oft nicht einfach. Ich bin ja, wie gesagt, auch viel unterwegs in Amerika und so. Und ich glaube, wir Deutschen, wir machen es uns oft ein bisschen schwer mit uns selber. Und gerade beim Alter werden ist es halt wirklich so, man darf mit sich selber nicht so streng sein. Manches Gelenk knickt, manches kann man vielleicht nicht mehr so wie früher, beziehungsweise der Kater danach dauert halt nicht mehr einen Tag, sondern drei Tage. Aber man kann es doch in die Balance bringen und andere Sachen entspannen sich ja zum Beispiel ab 60. Vielleicht ist beruflich ein paar Sachen, haben sich geklärt. Man hat vielleicht mehr Zeit für Freiräume, für neue Sachen und man weiß ja schon so viel. Die Frage ist nur, wie kann man dieses Wissen auch sinnvoll anbringen? Und da habe ich einfach meine Erfahrungen und meine Tipps und Tricks zusammengefasst, aber natürlich auch mit ehrlichen Anekdoten dahinter, wie es mir so geht mit der 6. Jetzt bist du aktiv, ob du ein Musical inszenierst oder im Quiz mitspielst. Das hat jetzt kein Ablaufdatum, sage ich mal. Aber bei einem Beruf mit Alters- und Rentengrenze muss man irgendwann den Schreibtisch, die Werkstatt räumen. Da schlägst du zum Beispiel ein Ehrenamt vor und nennst als Beispiel deinen Papa. Ja, das ist ganz wichtig. Also ich glaube, gerade viele Frauen kennen ja das und Loriot hat ja schöne Filme darüber gedreht, dass der Mann dann in die Rente geht. Dann sitzt er zu Hause rum und fängt irgendwie an das Küchenregal umzuräumen, obwohl das völlig in Ordnung ist. Und für meinen Vater, der war glaube ich am Anfang, war das auch so, wie er in Rente ging. Und dann hat er das Ehrenamt für sich entdeckt. Und das ist zum Beispiel wirklich eine Sache, da merkst du ja, du kannst Sachen, du weißt Sachen, du kannst Sachen anbringen, du bist ja nützlich und du bist aus dem Haus und du machst was für the greater good, wie man heute sagt, also für die Welt. Und dann hast du wieder eine Selbstbestätigung. Und da hättest du ja früher in dem Job gar keine Zeit für gehabt, weil früher arbeitet man ja durch. Und ich habe auch von 30 bis 60 eigentlich durchgeackert und freue mich jetzt auch auf Sachen, die ich mir gar nicht so selber vorstellen kann, was jetzt noch kommt. Wenn ich mal in Rente bin, dann mache ich das und das und das. Was hältst du von diesem ja oft geäußerten Plan für später? Ja, da ist oft das Ding so, dass das so verlängerte Urlaubsideen sind. Also ich habe zum Beispiel viele Freunde von mir, die denken dann, wenn sie in Rente sind, die eröffnen ein kleines Hotel in Südfrankreich oder sowas. Sag ich immer, ja, aber nur weil du gerne im Urlaub, im Hotel in Südfrankreich sitzt. Wie ist es denn dann, wenn die ersten Gäste kommen, die du nicht magst? Und dann musst du zu denen ja auch nett sein. Und die sitzen auf der Couch, die du so schön bezogen hast. Und jetzt benehmen die sich nicht. Also man muss diese Träume daraufhin überprüfen, ob das nur verlängerte Urlaubsträume sind. Oder Leute wollen sich einen Wein, Freund will sich einen Weinberg kaufen. Ich sage, nur weil du gerne trinkst, das befähigt dich noch nicht zum Winzer. Und jeder, der ein Weinberg hat oder ein Winzer ist, weiß, wie viel Arbeit das ist. Und also ich würde dich jetzt warnen, etwas zu machen, nur weil du abends sagst, der Riesling ist so lecker. Um selbst in der Birne jung zu bleiben, schlägst du ja vor, sich mit jüngeren Leuten auszutauschen. Also musikalisch macht das der Lindenberg ja toll, wenn er mit 76, mit Apache oder Clueso spielt. Geht das für jeden? Ja, total. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Da bin ich manchmal auch ein bisschen funzig bei meinen Freunden, die so sagen, ja, das sind diese jüngeren Sachen. Das interessiert mich nicht mehr, was diese jungen Leute so treiben. Und allein der Ansatz, diese jungen Leute, die gibt es ja gar nicht. Die sind alle sehr unterschiedlich. Und ich glaube, meine Vorbilder, ich habe ja auch Freunde, die 95 geworden sind oder meine Mama mit 85, die sind halt im Kopf immer offen geblieben für neue Themen. Also meine Mutter weiß auch noch, was TikTok ist, ja, und das finde ich eben auch erstrebenswert. Man muss es ja nicht machen, man muss es nicht leben, aber sozusagen so Türen zuzumachen, ist auch eine Gefahr im Alter. Genauso sich nur mit Leuten noch zu umgeben, die gleich alt sind. Und dann erzählt man immer von dem Italienurlaub von vor 30 Jahren. Man muss doch auch mal neue Leute kennenlernen. Aber das ist natürlich eben auch, und das habe ich im Buch auch beschrieben, ist auch Arbeit. Man muss natürlich investieren. Man will auch nicht die alte Person sein, die den jungen Menschen zuquatscht, ja. Ehrliches Interesse oder Formen machen, die dann auch wirklich funktionieren. Wie sollte denn der Blick zurück sein? Ich meine, 1963, dein Jahrgang, da haben in der Neujahrsnacht die Beatles noch in Hamburg im Star-Club gespielt. In meinem Geburtsjahr haben sie Sgt. Pepper aufgenommen. Das ist super cool, aber es ist saulang her. Aber es hält. Also wenn du noch denkst, wie viele Leute Beatles heute noch hören, muss man doch mal sagen, es sind doch Sachen, da haben wir noch Glück gehabt. Ich meine, wir hätten auch in einem Jahr aufwachsen können, wo Gruppen spielen, die überhaupt keiner mehr kennt. Also bestimmte gute kulturelle Sachen halten eh länger. Ich glaube, dass man, was man haben möchte, ist, dass man die Vergangenheit, dass man damit fein ist, dass man sich über nichts ärgert, nicht, dass man nicht Fehler gemacht hat irgendwann, aber dass man trotzdem mit sich, wie man immer so schön sagt, mit sich im Reinen ist und da. Und das ist aber das Schwierige. Man muss quasi auch, und das habe ich gemacht bei dem Buch, eine Selbstbespiegelung machen. Man muss sich auch mal im Spiegel angucken und sagen, das und das habe ich gemacht. Das ist auch mein Leben. Das macht mich aus. Und wie kann ich das weitergestalten? Besonders, wie gesagt, weil andere Sachen sind anstrengender. Man muss mehr auf die Fitness achten. Man muss mehr auf die Klamotte achten. Da gibt es ja viele Fallen, wo gerade Männer ab 60 auf einmal aussehen wie so ein geschlechtsneutraler Wanderverein. Also da muss man auch achten darauf, dass man auch investiert in Sachen, die jetzt gerade im Alter auch anstrengender werden. Wolfgang Niedecken hat mit 72 neulich den Satz geprägt, wir sind noch schön, aber wir sind nicht mehr jung. Seine Biografie trägt den Titel Zugabe, das zeigt, wie entspannt er ist. So hat jedes Lebensjahrzehnt andere Schwerpunkte und Herausforderungen. Thomas Hermanns nennt sein Buch Sexy Sixty und mit Scham und Schwung geht es ins neue Jahrzehnt. Was machen aber die Knochen, die Leber, die Füße? Thomas, du bist ein großer Freund des Power-Nappings, der sogenannte Mittagsschlaf. Ja, es gibt ja auch die schrecklichen Geschichten, wo Leute mit Mitte 60 irgendwie mit einem Herzinfarkt vom Laufband fallen. Man will nicht dumm sein, man kennt sich aber doch gut. Man kennt doch seinen eigenen Körper hoffentlich mit 60 ganz gut. Das heißt, man kennt auch die Tricks, die klappen. Bei mir ist Power-Napping klappt zum Beispiel. Ich kann immer sehr gut 20 Minuten überall schlafen, hat mir oft im Fernsehen geholfen. Jede Garderobe, wo ich war, wurde erst mal das Sofa gecheckt und ich konnte immer gut entspannen und dann auch wieder Leistung bringen. Oder Urlaube habe ich auch immer ganz gut gemacht. Ich habe immer viel gearbeitet, dann bin ich aber auch wieder runtergefahren. Und das meine ich, dieses gesammelte Wissen aus der ganzen Zeit, die man mit 60 hat, das muss man einfach anwenden und sagen, zum Beispiel, ich laufe auf dem Laufband gerne, das ist für meine Kardio, ich mache gerne Yoga, das ist auch für meine Dehnbarkeit gut. Aber ich hasse zum Beispiel Handeln und jede Kraftsportart. Da ist die schlechte Nachricht, dass die Muskeln alle abbauen ab 60. Man muss also wieder die Übungen machen, die man schon als Kind gehasst hat. Ich sage nicht nur Liegestütz, sondern auch der Klimmzug an und für sich kommt wieder in mein Leben zurück. Nicht, dass ich mich darüber freuen würde, aber es muss halt gemacht werden. Das heißt, dafür braucht man Energie, Freiräume, attraktive Trainer, irgendwas, was hilft, damit man das alles wieder mehr machen muss. Dafür kann man andere Sachen entspannen und muss man auch nicht mehr machen. Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen. Früher hieß es drei Tage Party, einen Morgen fertig, heute einen Abend Party, drei Tage fertig. So ein bisschen stimmt es ja auch. Wie gehst du das Ausgehen heute an? Ich sehe es vor allem, dass es Pflicht ist. Also auch da viele von meinen Freunden sagen, ach, ich gehe gar nicht mehr weg. Und ich verstehe das ja auch, dass wenn man dann Freitagabend irgendwie um zehn vor der Serie sitzt auf dem Sofa, das Sofa ruft, die Serie ruft und warum soll man vor die Tür? Aber ich sage, warum soll man vor die Tür? Man lernt neue Leute kennen. Man redet mal über Sachen sinnig oder unsinnig nachts um drei, die interessant sind. Es ist einfach für die Gesamte, also wenn man gerne ausgeht, was ich mache, ist es für die gesamte Seele einfach sehr gut. Bloß man muss sich eben dazu zwingen. Ich habe Ausgehfreunde, sage ich mal, die rufen um neun Uhr an, die rufen um zehn und um elf, wenn ich unter der Dusche bin, an und sagen, also für Berliner Verhältnisse, jetzt müssen wir auch mal los. Dafür schaffe ich es dann auch, in einem guten Abend bis fünf Uhr oder sowas unterwegs zu sein. Da muss ich mich aber, und das ist leider die Wahrheit, eben auch drei Tage davon erholen. Das heißt, ich muss nicht nur den Ausgehabend in den Kalender schreiben, ich muss auch die drei Katertage danach in den Kalender schreiben. Da kann ich auch nicht arbeiten. Also am dritten Tag kann man schon ein bisschen Steuer wieder machen. Aber das ist so, was man schafft. Sexy Sixties, das Buch von Thomas Hermanns, gibt es bei Lübbe Live für 20 Euro. Die nächsten Teile werden aber nicht sabbernde Seventies und ächstende Eighties heißen. Das Konzept ist nachhaltig. Ja, das Konzept ist nachhaltig. Und wenn die 70 kommen, dann bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Aber wie gesagt, meine Vorbilder, mein einer Freund 95, der war, also der ist noch auf Tour gegangen, hat CDs, Jazz, CDs gemacht. Meine Mama 85 ist interessiert und offen. Also ich habe auch ganz gute Gene, glaube ich, gekriegt. Also wir schauen mal. Aber sabbernde 70er wird es auf keinen Fall. Sag mal, als Grand Prix-Experte, man ist für Liverpool im Mai, versucht Altbacken den Rappelrock von Lord Dingens da zu schmähen und Merci Cherie von 66 aufs gute alte Treppchen zu heben. Ist das eine gute Einstellung? Na, ESC ist einfach eine schwierige Kür. Also ich habe ja da ja auch mitgemischt, habe dann ja auch aufgehört, weil ich gesagt habe, auch als Fan, ich war ja so, ich konnte mich nicht mehr auf die Reeperbahn stellen und sagen, und jetzt sind wir wieder 27. geworden. Aber es ist wie beim Fußball. Jeder ist ein Trainer. Jeder hat das Gefühl, er weiß, wie es geht. Was mir manchmal fehlt in Deutschland ist, ich habe halt immer gesagt, diese Situation, in der die dann auftreten müssen, diese riesige Saal, diese Millionen von Zuschauern und dieser Druck, ist was für Profis. Es ist keine Jugendforscht-Abteilung. Das haben wir auch nicht dieses Jahr. Die sind ja schon erfahren. Aber andere Länder schicken halt auch oft ihre erfahrensten Kräfte. Und ich kenne alle Gegenargumente. Ich habe auch an alle ran gesabbelt und die sagen alle, ja, aber wenn ich dann verliere, ist es nicht gut für mich, sage ich, ja, aber wenn du jetzt, du hast doch eine Karriere, wenn du jetzt dich einmal hinstellst und machst einen freundlichen 12. Platz, ist doch auch nicht das Ende. So, ich glaube, es ist was für Profis. Es ist wie Fußball. Ich würde einfach unsere Spitzenleute gerne motivieren und hiermit aufrufen, bei euch exklusiv, geht doch auch mal in den Contest. Das ist doch gar nicht schlimm. Thomas Hermanns beim RBB für die bunten Funkminuten. Ja, schönen Dank und bis bald im Fernsehen. Absolut, bis bald.